Naja, so ist das mit unserer Politik. Wir machen auch immer daran, was wir wollen. Du hast recht. Da braucht's nicht einen wundern, dass da nix geht. Also ich verstehe das nicht, warum kriegen denn den Oberbahnen immer so viel und mir an Franken zdrowåt? Wieso ist das denn so? Ja, das liegt an der Politik. Aber warum, das kann ich dir auch nicht genau sagen. Na schau, frag halt mal den da drüben. Ey, Sie, können Sie mir sagen, warum eine Haushalte da so ungerecht verteilt wird und wir einen Franken eigentlich immer in Kürzern ziehen? Das hat schon so eine Richtigkeit. Das war schon allerweil so. Da denken wir schon für euch mit. Denken wir für uns mit. Da hörst du das. Ja, wirklich. Als wenn wir selber gehören hätten zum Denken. Ja, aber kann man da nicht irgendwas dran ändern? Na, dann musst du halt bei der Landtagswahl die richtige Partei wählen. Ahne, die aus Frankenvertritt. Also, nicht vergessen. Landtagswahl am 15. September. Partei für Franken. Jetzt Franken stärken. Glaubt mir's? Ja, es geht. Ja, es geht. Bis zum nächsten Mal.